Meine heutige Mandantin, Lilly Arnold, hat ein Problem. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, was gestern Abend los war. Das Einzige, was sie noch weiß, ist, dass sie mit ihrer Freundin Helena unterwegs war. Aber Helena kann sie nicht fragen. Helena ist seit dieser Nacht spurlos verschwunden. Beide Mädchen haben wohl nicht auf ihre Getränke acht gegeben und man hat ihnen K.O.-Tropfen verabreicht. Wir beginnen, Helena zu suchen und einen Weg führt ins Internet. Wir finden im Internet Videos. Videos von einer Frau, die sexuell missbraucht worden ist. Und wir befürchten Schlimmes. Vor allem befürchtet Lilly, dass sie von einem Erlebnis keine Erinnerung mehr hat, von dem sie hofft, dass es nicht geschehen ist. Unser Auftrag ist klar. Schaut uns zu. Sie können nicht so tun. Hier gibt es eine possiamo. Dieser澤 K.O.-Tropfen an- K.O.' S. Vielen Dank.